Der FFA-Dummfrager. Und er kriegt immer noch jeden. Entschuldigung, ich lasse mich nur ungern stören, aber am Wochenende ist ja Europawahl. Ihr seid Erstwähler, oder? Ja, ich bin Erstwählerin. Und wisst ihr auch schon, wen ihr bei der Europawahl dann wählt? Ich weiß, ich kenne mich nicht so gut aus mit Politik, aber Deutschland. Deutschland? Keine Ahnung, ich würde auch einfach Deutschland sagen. Ja, dann hoffen wir, dass Deutschland gewinnt. Ja. Was bedeutet CDU? Zentrale Deutschlandunion. Zentrale Deutschlandunion? Nicht ganz? Christliche, deutsche Unterhaltung. Wisst ihr, was FDP bedeutet? Eher was mit Fußball? FDP. Für was könnte das stehen? Frankfurter Deutsche Party. Wem traut ihr mehr Chancen zu, den Liberalen oder der FDP? FDP. Ja? Liberalen hört Scheiß an. Was auch neu ist, man muss die alle ankreuzen, die man nicht mag. Echt? Oh Gott. Also ich finde eigentlich ein Kreuzchen für das, was man ist, und das reicht. Was glaubst du, was sind die Liberalen? Vielleicht Insekten oder? Das ist so ein typischer Insektenname. Hat's schon mal ein paar Liberalen durch die Luft fliegen zu sehen? Ja, im Garten öfters. Läuft bei dir. Der FFH-Dummfrager. Jeden Dienstag in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH. Bis zum nächsten Mal. Maybe faire hoch? Euer und ihr Christ. Will? Ich muss auch nicht verstehen. Ist die�� kommt vor. Du. Du.